willkommen zurück die sonne geht unter und wir verpieseln uns mal schnell ins bettchen wir brauchen definitiv was zu füttern wir arbeiten weiter an den häusern das eine nimmt langsam gestalt an die anderen werde ich nach dem muster aber auch definitiv bauen so schnell wieder nach oben flutzt es ist ein skelett mit bei ich glaube ja hat keine punkte vielleicht auch noch getroffen spinnys haben wir platz hier dann holen wir uns doch einfach mal ein bisschen spinnseide so wir brauchen ja ein bisschen noch akazien holz und können wir uns hier gleich holen kein creeper sehr gut 10 das wird nicht reichen okay einmal um die ecke bitte so 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 das heißt wir haben hier zwei abgetrennte räume so 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 also da kommt wieder eine klappe hin das holzding kommt weg wo würde sich denn so ein schornstein besser machen dieser seite oder auf dieser machen wir immer nach links oder naja mal gucken so nach dem muster können wir erstmal wetter arbeiten das heißt wir brauchen erstmal wieder ein paar bürken stimmen nö damit gehen wir uns noch nicht zufrieden also 12 dann müsste hier die tippe hochgehen hier kommt die verdammt stuss das war zu weit und wir haben keine spitzsacke auch das läuft ja wieder super so so klack ok hier kommt ja gar kein weiterer balken hin so spitzsacke und weitere steine brauchen wir nehmen wir gleich mal alles mit spitzsacke und 2 3 zack 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 hat ja dann nie hat nicht gerecht verdammt wir brauchen noch zwei bücken blöcke und 2 so das stimmt ja brauchen wir auch noch so 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 ich habe es nicht klacken das kann mit der nicht runter beschiss haben wir es jetzt englisammelt tja wie viel haben wir 23 20 holz mal den ab so so die sonne geht schon wieder unter oman zack zack ein paar blöcke können wir schon mal sitzen klick klack klick klick und jetzt die steine schon mal auf der seite und schnell ins bett schnell die ruf dazu dann nehmen wir auch gleich ein wasser einer mit stern stufen bräuchte nicht schwarz sonst ist hier aber auch nichts brauchbares glatter sandstein sand bt 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 Kein Creeper, das wäre schön. Ah, das war klar. Fight! Zum Glück kam keiner von hinten. So, die Seite noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Fäckelchen. Und Eichenholz. Hä? Wieso? Oh, zack. Müsste ich jetzt... Lalalalala... Lalalalala...